Ja gut, wenn keiner was sagt, dann fang ich mal an. Mein Name ist Lotte Moser, auch Moser-Lotte genannt. Und ich komme leider etwas spät und ich habe ja das kleine Hütchen noch auf. Ich bin mit der Regie-Tram direkt aus Warburg gekommen. An der Kreuzung ein Auto, wusch, rein in die Bahn und da stand die erst mal. Wie ich so aus dem Fenster schaue, sehe ich da eine Trauergemeinde. Ach, denke ich, die sehen ja irgendwie ganz nett aus. Hunger hatte ich auch gerade. Ich habe ja für solche Fälle immer das kleine Hütchen dabei. Ja, da bin ich schnell ausgestiegen, habe mich denen angeschlossen. Die Gulaschsuppe war ja ein bisschen scharf, aber der Kaffee echt super. Ach Gott, ja, dann fang ich mal an. Das ist ja das erste Mal, dass ich bei einer Selbsthilfegruppe eingeladen bin. Ich habe ja heute Morgen noch gedacht, wir sitzen ja alle im Kreis, aber wo doch so viele Betroffene da sind. Ja, da fang ich mal an, also in der Regie-Tram, da hat ja ein Herr seine Illustrierte liegen lassen. Na, er hat sich kurz erhoben, da habe ich mich drauf gesetzt, da war es meine. Wie ich da mal so rumblättere, was lese ich? Jahresrückblick 2009. Mensch, bei euch hier in Nordhessen, da ging ja tierisch die Post ab. Also in Kassel zum Beispiel, da war ja echt der Bär los. Also aus dem Zirkus abgehauen. Den haben sie dann erschossen. Dafür haben sie den Elch Knutschi über Stock und Stein gejagt. Den haben sie dann an Herzversagen sterben lassen. Zu viel Aufregung für den Bullen. Und der meistgesuchte Verbrecher Deutschlands, der ist, na, in Hessen gefasst worden. Roland Koch. Nein, hallo, hallo, hallo. Ich hatte den Satz noch gar nicht zu Ende gesprochen. Ich wollte sagen, Roland Koch hat sich darüber auch gefreut. Und der größte Skandal überhaupt. Die hessischen Abiturienten, die mussten ihre Mathe-Prüfung wiederholen. Wegen irgendeiner Schlamperei, beinahe wäre es passiert, Schlamperei in Wiesbaden. Ja, da frage ich mich doch, wo war eigentlich Koch bei seiner Mathe-Prüfung? War der vielleicht auf dem Klo mit seinem Kumpel Jörg-Uwe? Kein Wunder, dass der euch hier 38 Milliarden Miese beschert hat. Ja, das sollten unsere einer mal machen, ja? Ach, was sag ich denn da? Wir sind ja hier im Baunatal. Und die Baunataler sind ja bekannt für ihre Sparsamkeit. Jetzt wollt ihr wissen, woher ich das weiß. Ja, von meinen Gagenforderungen. Der Präsident hat zu mir gesagt, gnädige Frau, hat er gesagt, sie kann man nicht bezahlen, sie kann man nur gewinnen. Und wenn ich mich hier so umgucke, sind doch so ein paar sparsame Kostüme dabei. Und manche der Herren haben sogar einen Perücken gespart. Och, guten Abend, Herr Schaub. Ja, haben Sie auch gewusst, dass sich die EU im letzten Jahr mit der Aalenwurst beschäftigen musste? Damit die, die die Aalenwurst letztendlich essen, ja auch wissen, dass es eine echte nordhessische Aalenwurst ist und geschützt werden muss. Jetzt frag ich mich aber, wie soll man denen denn bitteschön in Brüssel erklären, was eine Aalenwurst ist? Sie müssen nicht so traurig an sich runtergucken jetzt. Na, ich meine, ja, eine Aalenwurst, das ist doch was, was lange reift, ja? Ja, Mensch, dann könnt sich ja Dolly Basta auch Aalenwurst nennen. Die ist ja stellenweise auch schon ganz schön abgehangen. Aber jetzt so, so mit untenrum hat die nix mehr zu tun. Ich hab gelesen, die ist ganz gläubig geworden. Die trägt nur noch katholische BHs. Wenn man hinten den Haken aufmacht, fallen vorn zwei auf die Knie. Und? Und die mischt ja jetzt sogar in der Politik mit. Erst im Dezember letztes Jahr, da hat sie sich noch mit dem Außenminister von Kirgisien getroffen. Oh, jetzt hab ich seinen Namen vergessen, Genosse. Wie heißt du noch gleich? Das weißt du nicht, ne? Aber als ich Dolly Basta erwähnt hab, da hast du gleich gewusst, von wem ich spreche. Da weiß ich ja. Da weiß ich ja, wo deine Interessen liegen. Wer von euch hat denn im letzten September, bitteschön, ein Kreuz gemacht? Meldet euch mal. An der falschen Stelle. Nur damit ich mal weiß, wem wir dieses Dreamteam in Berlin zu verdanken haben. Merkel und Westerwelle. Das ist doch wie ne Mischung aus Pittiplatsch und verbotene Liebe. Habt ihr gesehen, wie Kohls Mädchen und die Vera Lengsfeld auf Wählerfang gegangen sind? Pst! Blank gezogen haben die. Da hat sich die CDU ne ganz schöne Hängepartie erlaubt. Nach der Wahl, da hat das Angela, das Guido angeguckt. Und jeder hat so für sich gedacht, boah, gruselig. Wenn ich das fünf Jahre aushalten soll, brauche ich was fürs Auge. Ja, da haben die sich den Kalle geholt. Also den Theodor. Ich kann mir immer nicht merken, wie der richtig heißt. Der hat noch mehr Vornamen als Kippi Langstrumpf. Und bei seinem letzten Besuch in Takatukaland, da ist sein Fanclub auch ein bisschen geschrumpft. Man sagt doch auch in der Politik nicht, was man denkt, Junge. Und dann 20 Jahre Mauerfall. Auch in Hessen wurden rauschende Feste gefeiert. Sozusagen als Probelauf für dies Jahr, wenn es heißt, 20 Jahre ist die Adoption der fünf neuen Bundesländer her. Ist doch Quatsch. Ist jemand hier von euch verheiratet? Ja, ihr? Schon länger? Ja, ihr schon länger. Und sagst du denn auch noch nach über 20 Jahren immer noch, das ist meine neue Frau? Na also, 20 Jahre. Ich war letztes Jahr mit den Mädels von Stricken und Häkeln in Thüringen. Tolle Autobahn, die A4. Breite Fahrbahn, Flösterasphalt, wahrscheinlich wegen der Stasi. Und dann in Erfurt, ein sagenhaftes Rathaus, ein Wahnsinnsmarktplatz, alles neu, alles nagelneu. Für deswegen die neuen Bundesländer. Deswegen kommt das Angela Merkel auch immer so verkniffen. Die ist bei der Altbausanierung vergessen worden. Ich hab ja im Foyer schon einen netten Herrn vorher kennengelernt, der mich auch angebaggert hat. Charmant, gut aussehend und sehr gepflegt für seine 83 Jahre. Lotte Mose, hab ich mir gedacht, Mensch, wenn du den mal daheim bei dir auf dem Sofa sitzen hast und wir zwei. Ja, und wenn der dabei mit den Augen rollt, da wüsste ich doch gar nicht, kommt der oder geht der. Na, ich geh dann jedenfalls mal. Schönen Abend noch. Hello. 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 Hi.